Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady. Es ist ein kleines Infovideo. Ich hoffe, es wird ein kleines. Sagen wir es mal so. Gestern hat Niantic ein folgendes Update geschrieben. Ungewöhnliche Pokémon-Entdeckungen in Europa vorhergesagt. Trainer, wir haben gehört, dass bereits an diesem Wochenende einige zuvor nur selten in Europa gesehene Pokémon inklusive Kangama und Icognito in ausgewählten Städten erscheinen können. Ich weiß zwar immer noch nicht, welche seltene sie meinen, weil das Interessante ist, dass Kangama und Icognito schon in den Städten sind, seit heute Morgen. Von daher ist dieses Update nicht mehr so exklusiv, aber naja. Dieses ungewöhnliche Ereignis wird voraussichtlich bis 21. August andauern. Wow. Icognito in Hülle in Fülle. Jeder kann sein Alphabet vollständig machen. Ja, plus, ich glaube, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Haltet eure Augen offen, wenn ihr euch in einer der unten ausgeführten Städte aufhaltet, weil dies eine großartige Gelegenheit sein könnte, um einige zusätzliche Pokémon in eurem Pokédex hinzuzufügen. Ja, bisher ist nur Kangama und Icognito bekannt. Es wurden noch keine anderen seltenen Pokémon gesehen. Naja, während ihr euch nach diesem Pokémon umschaut, solltet ihr einen Stopp in eurem lokalen Unibel Rencom Shopping Center einplanen. Dies sind nicht nur tolle Orte, um diese Pokémon zu finden, sondern wir haben auch gehört, dass zahlreiche Log-Module an vielen PokéStops, die an diesen Standorten gefunden werden können. an den Wochenenden vom 12. und 19. August den ganzen Tag über aktiviert sein werden. Alles klar, also wenn man jetzt nach Wien fährt und man weiß gar nicht, wo dieses Shopping Center ist, muss man nur gucken, wo ganz, ganz viele Log-Module an sind. Wahrscheinlich. So, und welche Städte das dann sind? Interessanterweise sind da auch die ganzen Shopping-Centren. Ich weiß es irgendwie nicht, aber es muss ja wohl. Da muss es wohl auch diese Unibel Rodamco Shopping Center geben, die aber nicht alle PokéStops gekauft haben. Ja, die Städte jetzt alle aufzuzählen, ist jetzt vielleicht nicht so toll, deswegen lasse ich sie einfach mal ein bisschen langsamer hier runterlaufen. Und bei mir steht es fest, ich werde nach Zürich fahren. Leider ist Wien viel zu weit weg und die Schweiz ist trotzdem teuer. Zürich ist ziemlich teuer. Also Zürich ist die teuerste Stadt in der Schweiz sozusagen, die zufälligerweise auch hier steht. Gut. Ja, dann. Was ich noch nicht gesagt habe, aber schon zu anderen gesagt habe, lieber fahre ich nach Zürich, das sind zwei, drei Stunden mit dem Auto, und statt nach Oberhausen. Jetzt sagen wir mal, in Oberhausen wird vielleicht dasselbe passieren. Das ist aber erst am 16. September, da kann auch was ganz anderes passieren. Aber nach Zürich ist ziemlich schön kurz, für mich zumindest, und daher nehme ich lieber das in Kauf. Und vor allem hat man das Problem mit dem Internet nicht so stark, wie wenn sich alle in das Einkaufszentrum quetschen. Ich würde sagen, das war's. Vergiss das Video nicht zu liken und zu teilen. Bis zum nächsten Mal.